6 Wochen nach Geburt, Sarah Harrison hat keine Lust auf Skym. Sarah Harrison, 26, sagt den restlichen sechs Barbie-Pfunden den Kampf an. Anderthalb Monate nach der Geburt von Töchterchen Mia Rose Harrison will die Reality-Boutie wieder ins Fitnessstudio. Doch so richtig Bock auf Schwitzen hat die Mama-Bloggerin nicht, 0,0 Motivation. Ich habe mir heute zweimal überlegt, ob ich gehen soll oder nicht, gesteht die Ex der Bachelor-Kandidatine auf ihrem YouTube-Kanal. Ob der ehemalige Fitness-Fan es am Ende doch noch ins Gym geschafft hat? Ob der ehemalige Fitness-Fan es am Ende doch noch nicht, gesteht die Ex der Bachelor-Kandidatine auf ihrem YouTube-Kanal.